Hallöchen, meine Lieben, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video, zu einem Action-Live-Hall. Was haben wir hier? Wunderschöne Regale, ja. Die Decker sind ja echt schön. Das ist ja auch im Angebot für 2,99 Euro. So ein LED. Das ist schon Weihnachten, gell? Ja. Eigentlich, richtig schön. So, ich muss meine Tasche in den anderen Hand-Badeteppich. XS. Natürlich gibt es nichts mehr in XS. Guck mal, Leopard, sogar für Hunde hier ist sogar auch in. Momentan ist hier überall so 5,99 Euro kostet das. Dann gehen wir mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall Putzmittel. Das finde ich ja auch schön. So an sich. Süß. Meine Lieben, zeig mal Anna. Anna, zeig mal, was du ausgesucht hast. Ja, sowas zum Häkern. Der ist schön aus Holz. 95 Cent. Eigentlich könnte man das auch so zum Weihnachtsbaum hängen. So an sich. Ist auch richtig cool. Ich mag sowas hier. 95 Cent. Guck dir das daneben an. Ja, klar. Das ist mega. Schon krass. Das ist so ein 3D-Puzzle. Finde ich echt mega schön. Alles. So. Wir brauchen den da. Den da. Mein Lieblingsding ist Ende. Ja. Marion, kannst du das bitte? Ich finde die so süß, diese kleine. Komm. Ja. Diese kleine Körbchen. Ja. Wobei diese hier sind halt nochmal viel besser. So. Ich weiß nicht. Ich finde die klassischen hier. Also ich nehme mal die klassischen halt. Nicht Plastik. Schöner. Wir gehen zum Schmuck. Zum Schmuck. Okay. Okay. Was ist das für Waschmaschine Kalkschutz? Das ist das für Waschmaschine. Ich finde die klassischen. Ich weiß, wo ist das für Wirkliche. Und ich sage die klassischenjaue. In der Körbchen. Also ich gebe mal die klassische Körbchen. Ich finde hier diese Farben ist jetzt so schön. Ja. Finde, finde, ist so schön. Lalalalalala. Ja, wir haben den ja. Der liegt ja noch auf der Seite. Ich brauche den dabei jetzt wahrscheinlich, wie es aussieht, neu. Müssen wir gucken, ob der funktioniert. Ansonsten müssen wir den holen, weil ich fand den so gut und den habe ich jetzt überhetzt. Hat nicht funktioniert. Was haben wir hier? Kochgemüle haben wir auch hier. Diese Pfanne ist richtig geil, um Spaghetti zu machen. So richtig oben zu rühren. Lass es richtig geil vorabkommen. Die hat genau die Pfanne. Jetzt schmeckt diese kleinen auch. Ja, die kann ein bisschen auch schippern. Ja, da war was drin. Die türkise ist geil. Kann man aber gehen? Komm, wir gehen. Ja, das brauche ich noch. Die sind nämlich richtig gute Töpfe. Die nächste Seite, Mama. Darf ich gar nicht hin, ne? Ja. Weil... Weihnachten. Gut, ich kann in die Abteilung gar nicht hin. Da werden... Da werden... Momentan... Weihnachtssachen ausgepackt. Ja. Also... Wahnsinn. 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 Ich glaube, ich hole mir dieses Jahr diese... diese Garten-Stecker-Zweig LED. Achso, ne, für Garten das brauch ich nicht. Ich dachte es hier innen. Guck mal. Wie süß. Was ist das denn? Aber ist auch cool sowas. Ja. Wahrscheinlich hier bei mir zu unterschreiben. Zwei Euro. Ja. Die sind doch richtig schön. Aber ich würde so weiße nehmen. Weiße sind am schönsten. Probier mal die Weißen an, wenn die Weißen gut sind. Da bin ich ja gespannt. Willst du das machen oder ich? Häkeln. Häkeln. Ja, das passt. Willst du haben? Ja. Sie nimmt alles, was du ihr in die Hand drückst. Ja gut, dann würde ich mal sagen. Gehen wir hier raus, bitte schön und so weiter. Oder wir gehen hier nochmal in die Gegend. Nichts Besonderes, ne? Außer hier solche Lichter. Nachtlicht. So, das ist Salz, Karamell. Gummibir. Gummibir. Richtig kalt, aber ohne Engel. Der Seite ist nichts Neues, ne? Bananen Chips, Bananen Chips, unsere Jum Jums, ich glaube da nehmen wir ein paar Stück. Die Maske gibt es nicht mehr, das finde ich so schade, dass das weg ist, ich würde das immer kaufen, ich würde das immer kaufen, denn die ganzen sind ja alle schick aber... Schade, ich schade... So meine Lieben, zeig uns schnell einfach unseren Einkauf. Anna hat dieses süße Ohrchen, das Papierchen schneide ich ab. Süße... Oh, das ist ja mega warm bekommen. Wo ist dieses Pferdchen? Und dann auch zum Häkeln, ne? Zum ersten Mal mache ich sowas, ich weiß jetzt nicht... Ja, hier ist ja eine ganze Anleitung und alles, also ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, mein Lieblings Ajax Putzmittel, das geht ohne nicht. Dann probiere ich hier die Anti-Lime-Tabs, also diese Anti-Kalk-Tabs probiere ich mal aus für die Waschmaschine. Dann habe ich für mich diese Strümpfe nochmal gekauft. Ich habe für mich Größe L letztes Mal geholt, ich habe sie auch gerade hier an. Nur sind die mir an meinem Po ein bisschen... Ja, die trage ich, die sind bequem und so, aber ich will das noch ein bisschen lockerer haben. Probier mal... Also XL war nicht da. Ne, ich habe XL genommen, aber ich kann die ja aufmachen. Ja, also die sind, seht ihr, die kann man gar nicht... Die sind bloß hier halt am Po dann einfacher, wie soll ich sagen, größer oder wie soll ich sagen, was, ne? Und beide sind die genauso schmal und deswegen liebe ich die und ich trage sie auch sehr, sehr gerne im Winter, ne? Die sind so, so kuschelig. Und ich habe zwei Stück, die ich schon bestimmt so über ein Jahr habe. Die trockne ich im Trockner und falls sie ich manchmal vergesse, dann habe ich sie auch im Trockner und jedes Mal in der Waschmaschine. Und das klappt wunderbar. Und 2,99 kannst du gar nicht sagen, ne? Dann haben wir einfach nur noch ein paar Jum Jums mitgenommen. Und das war's, ne? Eine Action Tüte. Oh, ich bin mir ins Auge. Und das war's, ne? Ja. Oh, ich bin mir ins Auge. Ich freue mich auf die Weihnachtsabteilung. Viele haben das ja schon bei sich, ne? Also aufgebaut, wie bei der lieben Laila Insurance, habe ich ja schon gesehen. Ähm, aber, ja, bei uns wird das Essen aufgebaut. Und die haben von der einen Seite komplett abgesperrt, damit die Kunden nicht reinkommen. Auch verständlich, weil wir so neugierig sind. Dann gehen wir rein und können sich auch schwer, wir stören dann einander, ne? Das ist schwer beim Auspacken, das verstehe ich schon. Deswegen habe ich so kurz von der Seite gezeigt. Aber da freue ich mich schon. Natürlich für einen oder anderen ist es zu früh, aber ich freue mich immer auf Weihnachten. Weihnachten ist so eine, ja, zauberhafte Zeit. Ich weiß nicht, das ist so was anderes. Man empfindet das so die anderen Gefühle. Ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Also, wie auch immer. Ich muss weiter. Ich beende das Video. Ich quatsche dich jetzt nicht voll. Ich wünsche jedem Einzelnen von uns einfach allen Gesundheit, gute Energie, positive Energie, gute Laune, liebe Menschen. Um dich herum. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis morgen und bis zum neuen Video. Ciao, ciao, deine Xena. Tschüss. 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 Tschüss Xena. Tschüss Anna. Tschüss Anna. Musik Bis zum nächsten Mal.